In der weiteren Runde, Might & Magic Heroes 7, dem Spiel, das inzwischen als Vollversion bezeichnet wird, aber immer noch Bugs hat, vorn und hinten ohne Ende. Wir haben immer noch eine Fraktion, die wir bis jetzt nicht geschrabilt haben, also starten wir noch ein weiteres Einzelschrabiler-Match, damit wir endlich mal die letzte Fraktion hier auskunftschaffen können, die momentan zur Verfügung steht. Davon muss ich natürlich erstmal wieder eine neue Map aussuchen. Wir haben leider keine kleinen Karten mehr übrig, ist das Problem. Zumindest keine, die wir nicht schon gespielt hätten. Angeblich kann man mit dem Karten-Editor dieses Spiels tatsächlich zufällige Karten erstellen lassen, sodass man praktisch eine unendliche Zahl an neuen Karten hätte. Leider gab es einen Patch, wir spielen jetzt an Tag 2 nach Release dieses Spiels. Dieser Patch hat komplett bewirkt, dass der Karten-Editor nicht mehr gestartet werden kann. Yay. Deswegen müssen wir uns leider mit denen hier abfinden. Ich hatte eigentlich überlegt, erstmal in den Karten-Editor zu gehen, vielleicht eine Karte selber zu bauen oder eine random generieren zu lassen für das letzte Match mit der Bastionsfraktion, aber nö, dürfen wir nicht. Dann schauen wir zumindest mal, ob wir eine mittlere Karte kriegen, die nicht ganz so gigantisch ist. Mal sehen, wir haben Einsamer Wolf. Das ist eine Szenario-Karte. Ich will eigentlich eine Gefechtskarte haben. Äh, Feuer und Blut haben wir, glaube ich, schon gespielt. Feuer und Blut war eine der vier Standardkarten hier drin. Ruinen der Zwietracht ist eine One-on-One-Karte. Mittelgefechts, ja, dann würde ich sagen, machen wir halt einmal Ruinen der Zwietracht. Die Entdeckung alter Schantieruinen unter den nahen Bergen hat zwei benachbarte Königreiche gegeneinander aufgebracht, da sich die unterirdische Stadt auf beiden Gebieten befindet und beide Herrscher die dort angeblich zu findenden Reichtümer für sich beanspruchen. Ich finde es ja schön, dass man sich für alles und jeden Mist die Mühe gemacht hat, extra Hintergrundgeschichte zu schreiben, obwohl das Ganze irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert. Hey, Kevin und hallo, Pal-One. Wird ja richtig voll hier. Ja, wir haben nur noch einen einzigen, wie gesagt, Punkt, den wir nicht erkundet haben hier, nämlich die Bastionsfraktion. Wir kämpfen gegen die Nekropolis, weil bis jetzt haben wir noch nie gegen Nekropolis gespielt. Wir haben sie beim letzten Mal nur selber benutzt. Und dann können wir uns mal einen Held suchen. Tja, in den letzten zwei Tagen habe ich wenigstens viel Zeit, das hier zu schubilen, weil ich mal zwei Tage tatsächlich frei habe. Jok. Auch wenn man in meiner Stimme wahrscheinlich merkt, dass ich natürlich an meinen freien Tagen etwas erkält bin. Zyklopenmeister. Bloß acht Angriff und acht Abwehr für Zyklopen und erzürnte Zyklopen in der Armee des Helden. Interessant. Das klingt jetzt schon mal nicht schlecht, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eine Startarmee Zyklopen dabei haben würde. Ne. Das wäre auch zu schön gewesen, weil ich glaube, dass Zyklopen die Ultra-Einheiten von der Bastion sind. Dann hätten wir hier den Ork-General. Stadthalter plus sechs Vermehrung von Wüstlingen und Brechern im Einflussbereich der Stadt. Äh, Centauren-Häuptling, mehr Centauren, Kipwe, Adept der Steinhaut. Ich wollte schon immer einen Adepten der Steinhaut haben, das klingt irgendwie nicht so gut. Jünger der Erde, Erdmagier halt. Spitz-Bannweber plus vier Magie generell. Gnoll-Häuptling plus Zollvermehrung von Gnollen. Was eigentlich nicht schlecht ist, denke ich, ne? Hm. Wir sind immer in die Ranged-Einheiten und wir haben, als wir gegen die Bastion gespielt haben, gesehen... Aua! Gnoller hauen übel rein! Bilashi. Schrammerzlos. Der Held hat plus vier Abwehr. Barbaren halt. Barbaren. Der Held hat plus sechs Magie beim Wirken von Luftzaubern. Jünger der Luft. Boah, so ein Luftmagier wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu haben. Aber da hatten wir, glaube ich, schon mal den Sturmfeil-Luftmagier, den wir mal benutzt haben, als wir die Akademie gespielt haben. Da haben wir schon gemerkt, dass Luftfeile ziemlich imbar sind, wenn man eine Ranged-Armee hat. Dann Adept der Blitze. Was haben die so viele Magier, die Barbaren? Blitzgewitter. Er wirkt diesen Zauber eine Stufe über der Rangstufe. Okay. Und mal ist ja der Schlachtrufe. Der Held beginnt mit dem Talent Schlachtrufe im Rang Novize und der Fähigkeit überwältigen. Ich wollte ja immer mal diese Schlachtrufe wirklich benutzt haben, ne? Vielleicht nehmen wir den hier einfach. Was hast du denn? Erkundung, Führung, Schicksal, Vorbild, Luftmagie, Offensive, Defensive, Kriegsgerät, Schlachtrufe. Natürlich kein Öko, der Drecksack. Na gut. Dann müssen wir den halt zum Führer machen. Okay, dann fangen wir einfach mit dem Helden an und der Gegner kriegt random. Wir können unsere Farben mal wieder ändern. Hier, jetzt nehmen wir Kackbraun, weil wir Bastion sind und unser Gegner kriegt jetzt Giftgrün, was ich beim letzten Mal eigentlich schon haben wollte, weil der Nekropode spielt. Ja, Vorurteile. Ich glaube, der Rest war erstmal so okay. Ach ne, Moment, die KI. Ich darf die KI nicht so lassen. Wir haben eine One-on-One-Situation. Ich würde sagen, die schwere KI ist bis jetzt von uns immer überrollt worden. Die normale KI retten nur im Kreis. Ich will gar nicht wissen, was die leichte KI macht. Oh mein Gott. Niemals. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit der höchsten Schwierigkeitsstufe des Spiels und hoffen, dass die uns was tun kann. Ja, spielen bitte. Mal gucken, ob die höchste Schwierigkeitsstufe des Spiels tatsächlich in der Lage sein wird, einen Kampf gegen uns aufzusetzen. Vielleicht verlieren wir sogar mal. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, so wie die KI hier spielt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich denke mal, die heroische KI wird ordentlich cheaten und allein dadurch gute Kampfforteile haben gegen uns. Ja dann, auf in die Schlacht. Die abgegradete Version von Zykloppen sind erzürnte Zykloppen. Ja. Aufgabe. Es kann nur einen geben. Ihr seid nicht der Einzige, der dieses Land für sich entdeckt hat. Blub und geblä. Oh, was ist denn hier los? Haben wir... Achso, das sind... Garisonen. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir hätten hier ernsthaft drei Schlösser. Und dann habe ich gesehen, nee, wir haben nur Kima. Wir haben Garisonen da unten stehen. Dann sehen wir zumindest, wenn unser gegnerischer Held meint, hier rüberkommen zu müssen. Also bis jetzt haben wir nur zwei Wüstlinge. Das ist eine relativ übersichtliche Armee. Dann holen wir uns als allererstes Vater Himmeltote. Was? Plus zwei Blutrage für eure Bastionshelden im Einflussbereich dieser Stadt. Was macht denn Blutrage überhaupt? Ich weiß doch gar nicht, was das tut. Ich habe übrigens zufällig herausgefunden, hier oben, da kann man Stadthalter einsetzen. Man muss einen Helden von der Stadt aus hier hochziehen. Wenn wir jetzt Stadthalterfähigkeit hätten, dann hätten wir einen Stadthalter eingesetzt. Deswegen haben meine Stadthalterfähigkeiten noch nie funktioniert. Da muss man erstmal drauf kommen. Das erklärt einem in diesem Spiel kein Mensch. Hier oben Helden reinziehen für Stadthalterfähigkeiten. Äh, was haben wir sonst noch? Da ist die Halle der Helden, die ich haben will. Harpiennest, die neue Baratten brauchen wir sehr bald auch. Marktplatz und Befestigung, Stufe 1. Die haben hier immer wieder ordentliche Befestigung. Blut, magischer Tiegel. Plus drei Magie für alle feindlichen... Achso, minus drei Magie für alle feindlichen Helden. Ja gut, dann auf jeden Fall erstmal die Halle der Helden kaufen, wie sich das gehört. Damit wir erstmal zusätzlich Armeen anwerben können. Wen haben wir denn zur Auswahl? Wir haben den Zentaurenhäuptling, der auch mit entsprechend zwei Zentauren kommt. Und wir haben den Adepten der Steinhaut, der mit Harpien und Wüstlingen kommt. Äh, außerdem hätten wir hier einen Taktiker. Und Lassir ist ein Gesandter mit Diplomatie im Rangnovize zur Fähigkeit notwendige Allianz. Ja, Diplomaten können ziemlich immer sein. Theoretisch könnten wir uns den hier anhören und einfach alle Einheiten auf dem Feld um uns herum anfangen zu rekrutieren, wenn wir den ein bisschen gelevelt haben. Aber ich glaube, das machen wir mal nicht. Wir werben mal hier den Zentauren-Kollegen an. Schnappen uns hier die ganzen Einheiten. Jawohl. So, haben wir schon irgendwas hier einzusammeln? Momentan glaube ich noch nichts. Wir haben auf jeden Fall hier vorne Erfahrungspunkte, die wir einsacken können. Also machen wir das mal als allererstes. Stufenanstieg bei Rehm. Kannst du zufällig Ökonomie? Ich hätte eben mal nachgucken sollen. Du hast schon Erkundung auf Novize. Das ist sehr nützlich. Achso, Blutrage ist unsere spezielle Fähigkeit. Der Held beginnt mit 5 Blutrage. Der Wert wird dem Angriff verbündeter Kreaturen hinzugefügt, vermindert sich jedoch im Laufe der Schlacht. Minus 2 jedes Mal, wenn eine Kreatur warten oder verteidigen als Aktion wählt. Minus 2 am Ende jeder Runde. Blutrage ist vorbei, sobald sie den Wert 0 erreicht. Keine Auswirkungen auf Untote und Konstrukte. Okay. Das ist aber ein Nervtöten, dass das abnimmt, wenn ich mich nur verteidige. Explodierende Rage. Alle verbündeten Kreaturen fügen allen benachbarten Kreaturen schaden zu. Blutrage vorbei ist. Der Schaden beträgt das 100-fache der Anzahl von Runden, die Blutrage gedauert hat. Aua. Dem Heldenschaden wird das 20-fache der aktuellen Blutrage hinzugefügt. Verbündete Kreaturen in Blutrage erhalten plus ein Zugweite. Beinung! Ja, das kann ja gar nicht so unnütz sein. Ja, hat aber keinerlei Ökonomie. Scheinbar sind hier die Barbaren sehr schlechte Ökonomen. Wie ich gerade feststellen muss. Ich glaube, es wäre schön, erstmal Grabchen zu haben. Dann grapschen wir erstmal. Dann gehen wir nochmal nach Kima rein, weil da ist noch ein Held, der mich anhören möchte. Was ist denn mit deinen Skills hier? Bist du vielleicht zufällig Ökonom? Ansonsten hören wir dich nämlich gar nicht erst an. Ups, nein. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ist mir nicht interessant genug. Wir haben... Da, Ökonomie! Wunderbar, ein Held mit Ökonomie. So was gibt's hier? Okay, anwerben. Wir müssen mal die Einheiten rüber. So. Kente. Dann geh dich doch mal da vorne und mit dieser kleinen Armee Elfen anlegen. Was sagt denn die Schnellschlacht dazu? Die Schnellschlacht sagt dazu. Minus zwei, minus zwei. Okay. Versuchen wir erstmal selber zu schrubbeln. Wir dürfen keine Einheiten aus dem Kampf entfernen. Ansonsten haben wir nachher wieder Probleme hier. Ja, das geht ja gut los. Die kommen erstmal direkt im ersten Zug in Reichweite. Äh... Ihr habt Angriff und Rückkehr. Muss ich das erst auswählen? Muss ich erst auswählen, wenn ich's haben möchte. Ich will keinen Angriff und Rückkehr haben. Ich möchte einfach nur dahin gehen und töten. Töten, vernichten. Rawr. Okay. Minus 13. Mein Baumgeister kommen uns näher. Joach. Dann töten wir wohl nur zwei bis drei. Zack. Wow. Wir haben echt einen verloren von den... Ja, gut. Ne. Ich flieh mal kurz und restarte den Kampf, weil... Moral direkt in der ersten Runde, das seh ich ja gar nicht ein. Kommt mal hier weiter in die Mitte. Okay. So. Jetzt nochmal Schlacht beginnen. Rawr. So. Abgesehen davon haben wir doch diesen Schlachtrufer hier. Äh... Wie war das... Wie funktioniert denn das mit den Schlachtrufen überhaupt? Ah, hier sind die Schlachtrufe drin. Stellung halten. Plus für Abwehr, Vormarsch, plus fünf Initiativen, plus ein Zugweite für verbündete Kreaturen. Schadensbonus für Verbündete Kreaturen für Meuchen. Ideales Meuchen steigert um 25. Ja, dann... Vormarsch. Äh, rennen wir doch einfach mal hinter diesen Gegner. Alles so gut. Das scheint mir sehr nützlich zu sein. Okay, äh, da können wir nur bis ein töten. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann... Da kommen wir in Rentsch, schießen wir lieber erst mal auf die Baumgäste, auch wenn wir da kommen, Schaden machen. Minus 10, unglaublicher. So, und du tötest mir die Neuen da vorne. Das solltest du ja eigentlich locker schaffen können. Blutrage! Ach, wir haben nur ume reingekriegt. Okay, bringt mir leider gerade herzlich wenig. Gehen wir mal ein bisschen näher ran hier vorne. Die Baumgäste wollen sich umbringen. Finde ich gut. So, und dann... Äh, ja, ne? Töten wir einfach die Fünfter. Roar! Jetzt, wo wir in Runde 2 sind, kann ich ein... Ah! Und wieder echt... Oh, 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 was macht ihr denn da? Und wie war deine Prüfung, Druid? Manövrieren. Wenn die Kreatur nach einem Nahkampf... Äh, Gegenwahl leisten kann, entfernt sie sich zuerst vom Angreifer und wehrt sich dann mit ihrem Fernangriff. Okay. Was ist denn in Blutrage? Ja. Interessant. Ja, wir sind dran. Wir können wieder vormarschwirken. Und dann greifen wir von hinten an. BAMS! Und hallo, neuer Nutzer. Roar! Ey, Kampf gewonnen. So, ohne Verluste. Viel besser. So, was haben wir da unten stehen? Gnolle. Warum denn Ranged-Einheiten? Fallstrahl-Zeitkontrolle, man lasst es verseuchen. Das lohnt sich noch nicht mal so richtig, für Verluste dahin zu gehen. Äh, da haben wir noch ne neutrale Armee. Vorher nehmen wir auf jeden Fall hier den Stein der Erleuchtung noch mit. Dann kriegen wir nämlich den Level. Äh, Schlachtrufe. Überwältigen. Der Schlachtruf vormarsch steigert zusätzlich den Schadensmodus verbündeter Kreaturen für Meucheln. Ideal ist Meucheln um 15... Achso, das haben wir schon. Achtsamkeit und Opportunismus. Immer wenn der Held einen Schlachtruf einsetzt, der Held die nächste verbündete Kreatur an der Reihe bis zum Ende der Runde. 25 Glück. Mit einer anderen verbündeten Kreatur durch eine Veränderung in der Initiative früh aktiv, hat die Fähigkeit keine Auswirkungen auf sie. Ah ja. Schlachtrufe-Experte. Der Held kann zum... kann die Schlachtrufe zum Angriff und Feueröffnung einsetzen. Äh, okay. Angefunden Nahkämpfung von Feindkreaturen und noch mehr. Keine Gegenwehr leisten können. Ey, nee, wir haben jetzt schon den ersten Schlachtruf. Ich glaube, ich will jetzt erstmal Führungs... Naja, Moment, das ist... Äh... Lass ich mal kurz gucken. Plus 10 beim Angriff. Ne, hier, Vorbild. Das... Vorbild kann ich aber nicht ganz hochscalen. Ah. Das ist ja ärgerlich. Aber der Held gewinnt 5% mehr Erfahrung. Ist grundsätzlich direkt am Anfang zu einem ja eigentlich keine schlechte Sache, ne? Skillen wir mal ein Vorbild. Immerhin sind wir ja auch... Machtheld. Kämpfer. Dann kämpfen wir hier vorne gegen diese lustige Armee aus Skeletten und Skeletor-Feliten. Wird schon irgendwie klappen. Hallo nochmal, Smalda. Ja, ich habe in den letzten zwei Tagen ein bisschen mehr Zeit. Deswegen mal ausnahmsweise zwei Tage hintereinander streamen. Ich will außerdem hier die letzte Fraktion nochmal getestet haben. Ja, dann flatterst du am besten hier runter, würde ich sagen. Du versuchst mal einen von den... Moment, wir können erstmal unser Zauberbuch benutzen und... Was für Abwehr bringt das nicht so viel... Äh... Warum weine ich diese Runde noch gar nicht? Wir greifen einfach an mit unserem Helden. Rumps. Zwei Schaden. Und Sniper. Sehr gut. Ja. Okay, und dann geht es auch mal in Reichweite hier vorne. Ja, ich spiele Ingress Triad. Kommt in Reichweite. So, wollen wir Formarsch haben oder... Das für Abwehrverbündete Kreaturen ziehen, die Kreaturen verlieren, Stellung halten. Ja, das bringt es ja dann nicht, ne? Die Initiative brauche ich auch nicht wirklich, also greifen wir, glaube ich, lieber an. Dann töten wir mal zwei von den Skelettopliten, bitte. Jawohl. Du kannst hier die zehn töten mit angefroren Rückkehr, bitte. Norm. Okay. Na, angefroren Rückkehr stellt mich aber auch doof hin. Sehe ich gerade. Äh, dann tötest du... Ist das jetzt doof? Wir kriegen gleich einen Schlag ab. Hier bitte mal eins bis zwei. Äh, okay. Ja. Das war jetzt alles ein bisschen... Naja. Passt schon. Die zwei sollten uns keinen Centauren töten können. BAMS. Boom. Ja. Und die Zehner werden jetzt irgendwas reduzieren. Den Harpion-Stack? Na, ach. Zwei meine Harpion sind tot. Naja. Okay. Macht mal nix. BAMS. Minus eins. Und... Sammelflagge da vorne ansteuern. Sowas kann ja nicht schaden. So, hier vorne die Drachenstahl und Kristalle. Jawohl. Dann kommst du auch mal hier vorne um ein paar zusätzliche Schritte zu bekommen. Du kannst, glaube ich, schon gerapschen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gehst du auch mal zur Sammelflagge runter. Mysteriöse Krypta. Minus 20 Führungskraft für die nächste Schlacht. Immer unpraktisch sowas. Äh, Schätze. Äh, ja. Schlatt haben wir gebaut. Dann bin ich erstmal glücklich, würde ich sagen. Runde von Shrubbela 2. Woche der tödlichen Ruhe. Eine Woche, in der eigentlich gar nichts passiert. Okay, scheinbar hat der Patch unter anderem bewirkt, dass die Wochen erst am zweiten Tag angezeigt werden. Zulassend, nachdem man den ersten hat vergehen lassen. Interessant. Dann gibt es jetzt also tatsächlich einen Tag Null in dem Spiel. Äh, jetzt wo die ganzen Helden hier vorne noch stehen. Sollten wir, glaube ich, die Gelegenheit nutzen. Auch wenn ich damit jetzt gerade ein paar, äh, Schritte verschwende. Jetzt wollen wir eben die Gnollbaracken hier mitnehmen. Neue Kreaturen. 24 Gnolle. Her damit. So. Dann schnappst du dir hier vorne auch den Stufenanstieg. Du bist unser Ökonom. Äh, so, lern das bitte. Dann gibst du nämlich die Gnolle jetzt mal rüber. Dann haben wir auch 24 Gnolle in der Armee. So. Sammelflaggebesuche. Und dann kämpfen wir gegen diese triviale Armee da vorne. Was sagt denn die Schnellschlacht dazu? Die Schnellschlacht sagt dazu... Oh, 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 oh. Die Schnellschlacht sagt, wir haben mal keine Verluste. Was ist denn hier passiert? Okay. Ich glaube, das Spiel ist gerade ausgepackt. Die Schnellschlacht hat vergessen, Einheiten zu verlieren. Dort haben wir eine geringe Armee. Äh, Kabire. Meister Kabire. Äh. Von einem mysteriösen Krypta. Weiß ich nicht. Das ist eine Stallung. Die will ich auf jeden Fall haben. Du... Ne, nicht du. Du gehst hier vorne mal schnell die Erzmine einnehmen. Und das Erz in der nächsten Runde einsammeln. Geringe Gefahr. Haben wir ein paar Troglodyten. Die sind eher neutral. Sieht alles so schön dekoriert hier aus. Als ob das eine Untotenstadt wäre. Aber ich glaube, wir sind einfach nur in Untotengebiet. Hm. Hm, hm, hm. Hm, viele Kabire sind das hier. Das ist schon deutlich angenehmer, was das an Kabieren sind. Wir lassen die erstmal noch stehen. Müssen wir noch ein bisschen mehr Einheiten haben. Plus vier Erz. Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Da ist das Sägewerk. Da ist noch Rüstungsschmied. Aber an das Sägewerk müssen wir auf jeden Fall rein. Giftfiole. Minus vier Lebenskraft für Feinkreaturen. Natürlich vor einer tödlichen Armee Gnolle bewacht, an der wir nicht so leicht vorbeikommen. Da vorne sind nur ein paar mehr Erfahrungspunkte. Gebaut haben wir heute auch. Also Ende der Runde. Schabela 2. Der liebe Heroische auf der anderen Seite des Spielfeldes. Wir dürfen gespannt sein. So. Plus 650 Gold. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder an dieser Stelle.